Hi, Tim, was geht ab? Mir ist warm, heute wird ränke. Okay, dann ich geh. Hier bitte. Danke. Oh, was habt ihr getan? Egal, was sind deine Probleme. Hallo, Rote, was hast du heute vor? Ich hab gar nichts vor. Oh, was ist das? Ich hab Hunger, ich verrisse eine. Aua. Entschuldigung, meine Freund. Alles gut. Entschuldigung, meine Freundin.